Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wut des Sturms. Die bekommt man automatisch, wenn man das Sturm St. Tal erreicht und so ein Übergriff der Horde stattfindet. Dann ploppt die Quest normalerweise automatisch auf. Sollte demnächst kommen, jetzt. Wie ihr seht, habe ich nichts angeklickt oder so, ob ich halt auf Questlog und so weiter, aber das hatte nichts damit zu tun. Bei dieser Quest soll man nun vier Hordeangriffe zurückschlagen. Wie man sieht, gibt's Elite-Weltquests und normale Weltquests. Die Weltquests, die dafür zählen, sind mit so einem Allianz-Wappen im Symbol. Also sehen ein bisschen anders aus. Ich werde mich bei der vierten Quest einblenden, bevor ich sie erledige und euch dann zeigen, wo man die Quest abgibt, beziehungsweise was man noch machen muss, um sie abzugeben. Wie man nun sieht, habe ich schon drei Hordeangriffe zurückgeschlagen. Bin beim vierten. Da mache ich die Weltquest per die Vorwerte. An sich ist es egal, welche man macht, solange sie zu diesem Übergriff gehören. Das sind also die mit dem Allianz-Wappen in der Weltquest. Bin hier auf dem Patch-Server. Könnte sein, dass sich das noch ändert, aber man wird sie auf jeden Fall erkennen. Muss hier noch so ein Mob töten. Dann ist die Weltquest abgeschlossen und die Quest Wut des Sturms. So, nun wird die Quest aktualisiert. Nun heißt es, reitet auf Sturmfeder. Dazu muss man zu die Totenschwämme, also irgendwo hier hin. Ich könnte nun auch pfeifen, aber vielleicht hat der Webpfeife cooldown. Deshalb reite ich einfach so hin. Sollte nicht allzu lange dauern. So über diese Brücke hier. Hier oben wäre der Flugpunkt von die Totenschwämme. Da läuft man hier hin. Und hier ist auch Sturmfeder. An dieser Position. Einfach benutzen. Nun hat man hier eine extra Leiste mit dem Knopf Bombe werfen. Und wie man sieht hat man auch so eine Leiste, die man auf 100% bringen muss. Dazu darf man hier Mobs bombardieren. Und diese Türme bringen auch Prozente. Ich glaub 10. Genau. Ansonsten immer auf die Mobs zielen. Am besten auf Gruppen. Dann geht's am schnellsten. Und zusätzlich diese Türme. Die 10% auf einmal geben. Wie man sieht die Mobgruppen, je nachdem wieviel Mobs man erwischt. Geben 5%. Verlagerungssturm immer machen. Und nun geht's weiter. Nun heißt es Sturmsang gefangene befreit. Dazu muss man jetzt erst mal ein Mob töten, wenn man gelandet ist. Nicht diesen hier. Okay, man muss mehrere Mobs töten, aber ein bestimmten, um diese Sturmsang gefangenen zu befreien. Nämlich diesen großen hier. Da braucht man Xebecs Schüssel. Es sind die Gefangenen und wenn ich will, heißt es fehlendes Reagenz Xebecs Schüssel. Also greife ich diesen Mob hier an. Mein aktuelles Item Level ist 371. Allerdings nicht auf dem Live-Server, sondern man kann auf dem Patch-Server 370er wegkaufen einfach. Das habe ich gemacht, damit ich euch zeigen kann, wo die Positionen sind von den Mobs und was man machen muss und was die so können. Nun einfach diese Käfig benutzen. Also man muss bloß einen benutzen. Nun darf man wieder zu Sturmfeder. Der fliegt weg. Mal schauen wohin. Und die Quest ist nun bereit zur Abgabe. Das werde ich euch auch zeigen, wo man das macht. Ja, man ist bei den Totenschwimmer gelandet. Nun darf man nach Brennerdamm fliegen. Und wie ihr seht, ist heute auch Sturm St. Tal als abgesandte Fraktion bzw. das ist Patch-Server quasi gestern. Heute gibt es Toftolaner. Aber das ist ähnlich wie auf dem Live-Server. Ich glaube, da sind gerade auch diese zwei Fraktionen bzw. diese drei. Aber das ist auch egal. Auf jeden Fall ist es auch abgehakt. Für glücklicher Zufall. Weil nämlich man die Quest beim selben NPC abgeben darf. Und zwar hier wo man auch die abgesandten Quests abgibt. Schwester Liliana. Einmal Sturmwacht. Das sind die vier abgesandten Quests. Und einmal die Quest Wut des Sturms. Die ich euch ja gerade zeige. Also Quest ist abzugeben bei Schwester Liliana im Sturm St. Tal an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Vielen Dank.